Hallo und Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Submerged, eben Death und ja, wir haben am letzten Mal, ich hatte jetzt eine lange Aufnahmepause, hier diesen schönen Berg erklummen oder dieses ehemalige, ich glaube, Jansi-Turm war es, haben abgeschlossen und ich muss jetzt erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Und ja, das wird ein Spiel, definitiv, was wir durchspielen werden, das kann ich schon mal so sagen. Kultik, glaube ich, dass es nicht weitergeht, also rechnet mal eher nicht damit, dass es weitergeht bei Kultik, weil das war ja auch nur ein Let's Try und ich habe es ausprobiert, ich fand es ganz cool, ja, aber ich glaube, es eignet sich jetzt nicht so dafür, dass ich das jetzt nochmal weiterspielen werde. Und, äh, es war zum Anspielen ganz cool, es soll ja auch diese Try folgen, habe ich ja schon mal gesagt, die sollen ja eher dafür da sein, um euch, äh, Spiele vorzustellen. Und, äh, es soll ja so sein, dass bei Try, ich erziele das jetzt einfach mal, dass so ist, dass ich Spiele, Spiele, Anspiele und es kann aber auch sein, dass ich die Spiele durchspiele, wenn sie mir gefallen. Ne, ansonsten wird es einfach nur ein Let's Try, also ausprobieren und euch zeigen, so drei Folgen maximal, also sag ich jetzt erstmal, werden es immer so im Schnitt, also es werden definitiv immer so drei Folgen. Das ist immer so der, der Schnitt, den ich mir gesagt habe bei diesem, bei diesem, äh, ähm, nicht Content, wie sagt man, äh, bei diesem, ähm, na, Format. Bei dem Format Try, dass ich da immer so auf jeden Fall drei Folgen mache, um, ja, sag ich mal, hat man genug gesehen, so anderthalb Stunde, vom, ein Ersteindruck des Spiels, um so ein bisschen Silber zu entscheiden, ob das was für einen ist oder nicht. So, genug gesagt, zurück zu Submerged, da sind wir. Wir waren, ich schaue mal eben auf die Map, genau, wir waren jetzt hier, hatten jetzt hier den Samen abgeschlossen, hier ist noch ein Boots-Upgrade, was ich vielleicht noch holen möchte. Da oben ist auf jeden Fall auch noch ein Samen, wo wir noch hin müssen. Alter, wir haben noch so viel zu tun, ne? Ich würde aber auf jeden Fall, grau war, glaube ich, das, was wir alles schon haben, ne? Ich würde einmal das hier holen, kann ich... Okay, wir müssen einmal komplett drehen. So viel steht schon mal fest. Also in diese Richtung da hinten müssen wir. Auf der Karte oben Richtung Westen, man sieht's, also oben auf der Karte, oben auf dem Kompass so. Stimmt, wir haben am letzten Mal ja auch den, ähm, diesen, äh, Upgrade für unser Boot und hübscher gemacht, ne? Es sieht jetzt blau aus, nicht mehr, glaube ich, rot. War's rot gewesen? Weiß ich gar nicht mehr. Oh, ist das, ist das ne ehemalige... Jo, ist das Parkhaus? Wie cool. Hä, wie geil das... Hä, wie geil das einfach sein muss. In so einer alten Ruin, in so einem alten Parkhaus einfach so durchzuschippern. So. Ich höre was. Kann ich hier anlegen. Oh, und die Musik ist so schön. Hier oben ist auf jeden Fall irgendwas. Aber ich kann hier leider nicht anlegen. Aber ich würde ja das Boot-Upgrade holen. Das hier ist. Da ist es. Uah. 4 von 26 Boot-Upgrades gesammelt. Juhu. Wieder ein bisschen mehr Boost. Sehr schön. Dann lass mal gucken. Also, dann haben wir hier soweit alles abgeschlossen. Auch die Bücher. Hier ist noch ein Buch. Tagebücher. Da unten. Das ist unten links müssen wir hin. Das heißt, wir müssen jetzt da lang. Huch. Es ruckelt ein bisschen. Ich weiß nicht, warum. Atom-PC reicht dafür nicht aus. So. Dann wollen wir mal. Ich finde das immer noch voll schön, dieses Spiel. Muss ich einfach sagen. Und wenn ihr das zum Beispiel einfach nur mal abends auf dem Sofa guckt. Jetzt hier. Oder einfach mal zwischendurch. Es ist einfach ein Gemütlichkeits-Let's Play. Es ist ein Let's Play, was man einfach... Alter, diese Mini-Freezes, ne? Ein Let's Play, was man einfach zwischendurch... Zwischendurch gucken kann. Ein Gemütlichkeits-Let's Play. Oh, komm. So. Jetzt aber. So. Es soll jetzt hier keine Hektik aufkommen, sondern... Einfach gemütlich. So, hier soll ein Buch sein. Wir gucken mal, ob wir das finden. Ich finde das voll witzig, dass man zwischendurch auch hier den... Den Bruder spielt. Okay, da ist eine Leiter. Komm, wir mal nicht dran. Schauen wir mal. Was haben wir hier? So, da kommen wir dran. So, das Buch ist wo? Auf der Map ist es da. Also müssen wir da irgendwie hinkommen. Ich weiß noch nicht genau wie. Ich höre Tauben. Da sieht es aus, als würde man da eben sich langhangeln können. Wir probieren es mal. Irgendwie wird das ja hier schon funktionieren. So. Mal hier rüber. Aber wie gesagt, ich bin sehr beeindruckt, wie doch dieser Teil jetzt ist, im Gegensatz zum Vorgänger. Boah, das sind ja wirklich Felden dazwischen, was sie hier draufgelegt haben. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr genau aus dem Kopf, ob das jetzt danach spielt. Es sieht tatsächlich so aus danach, ob die hier woanders sind, weil das ist nicht die gleiche Map. Und der Bruder ist ja auch nicht krank, aber er hat die Narbe ja, glaube ich, am Bauch, ne? Ja, er hat die Narbe am Bauch. Das heißt, es kann ja nur danach spielen. Das hatten wir, glaube ich, schon rausgefunden. Oder hatte ich das, glaube ich, schon gesagt am Anfang des Spiels. Weil wir mussten ihn ja quasi retten. War ja unser erstes Missionsziel, sag ich mal, beim ersten Teil. So, ich glaube, wir kommen hier direkt zum Buch. Es ist ein schönes Spiel. Es ist einfach gestaltet, einfach gehalten. So, da haben wir wieder ein Tagebuch. Finde ich sehr schön. So. 11 von 56 Tagebücher gefunden. Juhu. Alle Objekte in der Nähe entdeckt. Ich finde das so schön, dass das angezeigt wird. Das ist mega praktisch. Mega, mega praktisch. So, dafür auch das X. X bedeutet nix. So. Gut, dann können wir wieder runter zum Büdchen. Ich würde einmal wieder auf die Karte gucken. Dann haben wir das auch abgeklappert. Hier unten kommen wir, glaube ich, nicht weiter. Hier ist eh Ende der Karte. Hier unten hier. Irgendwie geht es noch weiter. Da können wir jetzt hin. Das ist hier links liegend. Das würde ich jetzt mitnehmen. Genau, das ist unsere Kuppel. Da können wir sogar Schnellreise hin machen. Und da ist, glaube ich, noch ein Relikt. Genau, dann würde ich jetzt erstmal hier links hinfahren. Hinschippern. Das müsste ja irgendwo... Äh, hallo? So. Das müsste da irgendwo sein. Krass, das ist diese Pelikane. Ach nee, die sind auch nicht echt. Das ist ja heftig. Und ich kann mich entsinnen, dass es diese schwarze Fäulnis, glaube ich, damals auch gab. Die gab es definitiv damals auch. So, wo können wir hin? Wie kommen wir da hin? Hier anscheinend nicht, oder? Nee. Ich würde einmal, hui, einmal hier rumschippern. So. Es ist echt eine sehr, sehr schöne Reise. Und ich bin froh, dass ich diese Reise mit euch zusammen bestreiten kann. Dass wir das hier wirklich zusammen machen können. Oh. Oh, halt, stopp. Was ist das denn? Hallo? Och, noch ein Boot-Upgrade. Ja, geil. Hab ich gar nicht gesehen gehabt. Stimmt, wir müssen ja mit dem Fernglas normalerweise gucken, ne? Damit wir die Sachen entdecken. Schon so lange wieder raus. So, da sitzt wieder jemand aus der Vergangenheit. Oder mehrere sogar. Jastra-Ink könnte ein ehemaliges Bürogebäude gewesen sein. Aber das werden wir bestimmt herausfinden. So. Ich finde das voll schön. Ich muss es einfach so sagen, wie es ist. Ich mag das, dieses Rum-Schlawenzeln hier. Ich finde das voll schön. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich spiele lieber... Das, das, das Thema, das hatte ich schon mal. Ich weiß nicht wo. Vielleicht im anderen Let's Play. Entschuldige bitte, wenn ich mich wiederhole. Aber ich habe es lieber solche Games, die vielleicht nicht so hübsch sind. Die auch ein paar Ecken und Kanten haben. Die vielleicht... Ich weiß nicht. Nicht ganz so rund laufen. Ich meine, so AAA-Games sind ja mittlerweile auch nicht mehr so ganz so rund. Aber... Spiele, die nicht 30 Stunden haben. Guck mal hier. Raytracing ist an. Alter, wie das glänzt. Äh. Die nicht 30 Stunden haben. Die vielleicht nur 10 gehen. Weil ich... Ich rede jetzt nur von meiner persönlichen Meinung, ne? Aber ich persönlich habe gar kein... Affin mehr. Oder ich habe gar keinen Anspruch mehr. Oder Ansporn. Mich 30 Stunden durch so ein Game... Oh. Durch so ein Game zu wälzen. Hallo. Hey. 25 Kreaturen entdeckt. Ich habe einfach keine Lust mehr, mich durch 20 bis 30 Stunden ein Game zu wälzen. Wo du dann 20 Stunden alleine die Hauptstory spielst. Und... Nach den... Nach den... Und nach den... Oh, ich gehe jetzt nach oben. Und nach den 20 Stunden... Musst du dann nochmal 10 investieren, um den ganzen Nebenkappes zu machen. Wo nur Fragezeichen auf der Map sind. Und hier und da. Und Sammelaufgaben. Da habe ich gar nicht mehr so den Bezug zu. Also das... Ergustre. Das ermüdet mich. Muss ich einfach sagen. Das... Das... Das macht mich einfach... Ich traurig, aber mega müde. Da habe ich lieber, wie gesagt, Games, die vielleicht nur 5 Stunden gehen. Nur 10 Stunden. Sind auch akzeptabel. So. Hier ist noch eine Musche. Das war es, glaube ich, hier gewesen. Ja. Ah, okay. Gut, dass wir hier nochmal gucken gewesen sind. Ähm... Also ich sage mal so... 15 Stunden ist okay. Das... Das lasse ich mir noch erlauben. Ja. Dann habe ich 10 Stunden die Story gespielt. Und habe vielleicht 5 noch ein bisschen Nebenkram oder so. Oder generell das ganze Game geht 15 Stunden. Ist völlig normal. Das reicht auch. Aber ich brauche da nicht irgendwie, wie gesagt, diese... Diese riesen Dinger. Wenn ich jetzt sehe hier so ein... Das neue God of War. Ragnarök. Ich meine, ich habe den... Den ersten Teil habe ich angefangen zu spielen. Ich weiß nicht, warum ich ihn nicht weitergespielt habe. Ist eigentlich ein cooles Game. Aber ich schätze mal auch wahrscheinlich aus diesem Grund. Denn... Wenn ich lese, das Game hat, glaube ich, auch... Waren es 36 Stunden? 35 Stunden? Der zweite Teil jetzt? Da denke ich mir auch so... Ich habe noch ein Leben. Ich habe noch ein Real Life. Und entschuldige bitte, dass ich da... Nicht drangehe. Ich gucke es mir gerne an. Ja. Wenn es jemand anders spielen möchte. Aber ich brauche das nicht. Aha. Also ich brauche das nicht unbedingt noch hier... Äh... Selber zu spielen. Weil mir einfach die Zeit fehlt. Weil es kommt ja auch noch dazu... Dass du ja... Nicht nur... Nicht nur dein Pile of Shame hast bei Games. Das ist ja auch bei Filmen und Serien mittlerweile so. Du hast ja... Man hat ja also... Nicht nur... Nicht nur... Ich rede jetzt von mir, aber ich denke... Du, der hier gerade guckt... Bei dem geht es genauso. Dass man einfach... Äh... Also würde ich jetzt mal behaupten... Dass... Dass wir einfach viel zu viel zu konsumieren haben. So was jetzt Unterhaltung angeht. Ich komme gar nicht mehr dazu, alles zu konsumieren. Weil einfach so viel ist und so viel kommt und so viel da ist. Und du hast gar nicht mehr so die Zeit, das alles zu schaffen. Und ich versuche ja wirklich... Ich versuche wirklich alles zu konsumieren, was mir gefällt und wo ich Spaß habe, das zu machen, zu tun. Aber... Es klappt leider nicht. Es tut mir leid. Die schwarze Pflanze hat diese Dorfbewohner wohl sehr schnell überwältigt. Ja, sieht so aus. Ähm... Nein, aber... Ich habe da einfach nicht mehr die Zeit für, weil... Überleg mal... Jetzt... Ich habe jetzt... Alles, was ich jetzt im Stream aktuell spiele, sind alles Games, die ich nachhole. Wie zum Beispiel aktuell ein Metro. Metro Exodus. So, und überleg mal, was jetzt in der Zeit, wo ich das spiele... Das ist ja auch kein Game, was mal eben nur 10 Stunden hat. Das geht auch ein bisschen länger. Aber ich will es abschließen, weil ich das Game gut finde. Ich habe die Vorgänger gespielt. So. Aber mit dem Game bin ich lange beschäftigt. Und ganz ehrlich... In der Zeit, wo ich das spiele... Sind... Keine Ahnung, wie viele neue Games auch schon wieder rausgekommen, die mir zusagen. Wo ich mir so sage, boah, würde ich gerne spielen. Aber ich habe einfach gar nicht die Zeit dafür aktuell. Weil noch so viel auf meinen Pile of Shame abzuarbeiten ist, den ich habe. Wo ich mir so denke, so... Holy fuck. Das wird noch ein bisschen dauern. Bis ich da hinkomme. Und ich auch nicht mehr der Typ bin. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich brauche zum Beispiel ganz, ganz selten nur noch Spiele wirklich zum Release. Ich habe es früher auch gemacht. Auch im Stream. Habe ich regelmäßig Games immer wieder zum Release-Tag gespielt. Klar, es bringt dir natürlich Zuschauer. Es bringt dir neue Leute ein. Natürlich, klar, sicher. Aber nicht unter dem Aspekt. Sondern einfach, weil ich spielen wollte. Weil ich geil darauf war. Viele weiß ich. Viele nutzen das natürlich dazu, um halt Zuschauer für sich zu gewinnen. Ist auch völlig in Ordnung. Habe ich, wie gesagt, auch gemacht. Aber mein Aspekt glaube ich eher... Oder was heißt glaube ich, sondern ist eher gewesen, dass ich einfach das Spiel zocken wollte und Bock darauf hatte. Aber mittlerweile habe ich gar nicht mehr so den Drang dazu, diese Spiele vorzubestellen. Und das am Release-Tag zu spielen. Habe ich gar nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber du, der jetzt gerade hier das Video guckt, kannst ja mal schreiben. Geht es dir genauso? Musst du oder musst du vielleicht noch die Spiele am Release-Tag spielen? Hast du da noch Bock drauf? So, wir düsen mal hier runter. Äh, musst du das haben? Also ich brauche es, wie gesagt, ich brauche es, wie gesagt, nicht. Ich kann auch gut, ich kann auch tatsächlich gut, äh, ohne, ohne, äh, ohne Lieben. Also das jetzt am Release-Tag zu haben. So, ein Buch fehlt uns noch. Das müsste da oben sein. Wie gesagt, ich brauche es nicht. Weil, sind wir mal ehrlich, wenn das Spiel zum Release-Tag rauskommt, mittlerweile die großen Games, die Blockbuster, sind alle nicht mehr rund am Laufen. Die brauchen die Day-One-Patches von, keine Ahnung, 40 Gigabyte und Halleluja, was noch? So, da ist die Kugel. Der Samen. Aber zuerst hätte ich das Buch. Jetzt weiß ich gar nicht, haben wir alle Muscheln gesammelt? Schauen wir mal, anscheinend nicht. Eine fehlt noch. Hier ist noch ein Buch. Das letzte. Wir zeigen ihm die Geheimnisse unserer Ruhe. Und das war unser Fehler. Der große Mann sah nur eine Gelegenheit, sich selbst Macht zu verschaffen. Tja, wie es immer so ist. Es geht immer nur um Macht. So eine Muschel haben wir übersehen. Die Frage ist, wo ist die? Ich habe es da auch noch nicht gehört. Den Samen müssen wir ja sowieso hier runter tragen, ne? Dann würde ich ihn einfach mal mitnehmen. Ich frage mich, was das mit den Fernsehern und mit dem Strom alles auf sich hat. Ja, wir befreien euch. Gar kein Problem. Wie schön das mit den Blumen einfach ist. So, da unten waren wir ja, ne? Also die Muscheln werden übrigens nicht angezeigt, oben auf dem Kompass. So. Nein, aber das mal so zu dem Thema. Das ist einfach... Also ich brauche es halt nicht. Muss man einfach so sagen. So. Irgendwo ist hier eine. Versuch zu hören. Moment. Hier vorne war ja auch noch was mit einer Blume, ne? Wo war denn das? Irgendwo konnten wir doch auch noch so eine Blume befreien, oder? Ah, da ist die letzte. Schiffstil freigeschaltet. Juhu. So, haben wir alles? Nein. Uns fehlt hier noch was. Wahrscheinlich der Samen. Zählt der noch dazu? Zählt der Samenzug zum Komplit der Insel? Ach, das ist der Ausgang gewesen. Okay. Okay. So. Dann wollen wir mal... Dann wollen wir mal... ...den Samen einsetzen. Mal encounter. Musik 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 Fehlt noch 6. Haben wir da alles completed?